Ich bin Sam Tyler. Ich hatte einen Unfall und bin 1973 wieder aufgewacht. Bin ich verrückt, im Koma oder bin ich in der Vergangenheit? Wie auch immer, ich komme mir vor wie auf einem anderen Planeten. Wenn ich herausfinde, was passiert ist, kann ich vielleicht wieder nach Hause. Willkommen im Tief. Danke. Du bist festgenommen. Danke.